Wir stellen immer wieder fest, dass hier an der Unfallstelle Fahrzeuge vorbeifahren, die sich vorrangig darauf konzentrieren, hier tolle Szenen über ihr Mobiltelefon oder über die Kamera mit nach Hause zu nehmen, gegebenenfalls um die noch zu versenden. Und das alles stört, denn die Verkehrseinnehmer sollen sich bitte ausschließlich darauf konzentrieren, an der Unfallstelle sowohl für sich als auch für die Einsatzkräfte gefahrlos vorbeizufahren. Das Mobiltelefon, das gehört einfach nicht an Steuer. Und in diesem Fall haben wir auch mehrere Verkehrsteilnehmer dabei erwischt und werden konsequent dagegen vorgehen. In einem Fall hatten wir gerade einen slowakischen Teilnehmer, eines Kleinlassers, den haben wir hier sogar sofort rausgezogen, er musste dann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 85 Euro bezahlen. Und eines kann ich noch anführen, die Benutzung des Mobiltelefons ist gegenwärtig mit 60 Euro Bußgeld und einem Punkt belegt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.